Das ist schon ein bisschen mehr als sind dann auch die Anzahl der Gegner mehr, wenn man höher stellt, oder? Das wird jetzt schwierig, mich zu beschützen und andere. Okay. das ist wie scheiße ist das denn ich verstehe ja schwierigkeitsgrad höher gestellt aber die gehelten gar nichts aus bei so was also ein schwierigkeitsgrad wo ich probleme bekommen mit gegnern ist okay dafür spiele ich aber dass dann mein partner nach zwei oder drei schlägen tot ist wie soll ich das denn machen das Wow! Alter! Okay, der Typ ist auch krass. Ja, jetzt ist es endlich mal spaßig. Alter, wie viel Schaden der gemacht hat. What the fuck? Ich muss auf den Typen aufpassen. Ich glaube, wir haben gleich wieder eine Can weniger. Äh, ich habe Kreis gedruckt. Ach ja, stimmt. Ich bin nicht mehr in diesem Modus. Ich bin nicht mehr in diesem Modus. Ich bin nicht mehr in diesem Modus. Naja, ich wollte es. Schwerer. Ich versuche es noch ein paar Mal und dann stelle ich wieder leichter. Das ist nicht mal ein Boss. Aber eine Attacke tötet mich? Ich bin nicht mehr in diesem Modus. Es ist doch... Es ist doch... What the fuck? Ich bin nicht mehr auf, die schnellstmöglich zu besiegen. Und deswegen spiele ich Scheiße. Auf... Also... Also... Einen Smoker würde ich jetzt locker wegpunchen. Auf extrem. Okay. 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 Was ist los mit dem Typen? Was ist los mit dem? Ganz ehrlich. Läuft an mir vorbei. Ich konnte nichts machen. Alter, dieser Typ ist einfach nur... Aber ich finde es auch leicht zu scheiße. Was ist das? Fick dich doch. Das ist doch scheiße. Habe ich gesagt, dass das Spiel gut ist? Und mir Spaß macht? Auf einfach wäre es mir zu langweilig. Die anderen Schwierigkeitsgrade wären mir wahrscheinlich auch zu langweilig. Keine Ahnung. Ah. Oh, du bist zu weit weg jetzt. Das ist jetzt ein bisschen... Hm. Entstelle ich es halt auf leicht, wenn ich es noch kann. Obwohl... Standard. Oh Gott. 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 nur weil ich beschützen musste habe ich es jetzt so gestellt ich mache es gleich wieder auf extrem weil auf extrem fand ich jetzt so gegner so ein paar einzelne gar nicht mal so schwer da es hat ein bisschen gedauert aber ich hab's kommt gehen wir schnell zu ihm zurück vielleicht stelle ich immer nur eine stufe zurück und gucke dann was auch sehr schwer ist dann wahrscheinlich auch langweilig weil manche gegner auf extrem wir nicht mal eine herausforderung bieten so ja dann öffne doch den schatz hallo so so Hey Chef, ich habe ein paar Juwelen für dich besorgt. Was? Das hast du wirklich? Ich glaube es nicht. Da ihr behauptet habt, Piraten zu sein, war ich mir sicher, dass ihr mich reinlegen wollt. Damit habt ihr es stehlen können. Schließlich hatten du und ich doch eine Abmachung. Wir bringen dir die Juwelen und du gibst uns das Werkzeug. Das hatten wir vereinbart, nicht wahr? Du wirst dein Versprechen noch halten, nicht wahr? Wahn. Okay, okay, hier bitte entschuldige, dass ich dir das Schlimmste anzugetraut habe. Hihihi, mach dir keine Gedanken drüber. Raffi, John, vielen, vielen Dank. Ohne euch hätte ich es nie zurückbekommen. Jetzt kann ich ein paar Notreparaturen an der Sunny vornehmen. Ich gehe lieber schnell zurück. In dem Fall kenne ich eine Abkürzung. Bis später, Raffi. Melde dich, falls etwas passiert. So, jetzt fehlen noch zwei. 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 Kommen wir von der Stahlstadt? Wahrscheinlich. Jetzt muss ich von der Stahlstadt da rein. Zwei. 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 Ja genau So, wir wissen jetzt, es gibt mehr als diese Karte Kaede Gegner, äh, dumm wie Stroh Ja 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 Dann eben so Ah, okay Ich bin hier falsch, es tut mir leid Ich hab mich verlaufen Leider spiel ich nicht Loren und Zorro, sonst würde das ziemlich gut passen Oh Gott Oh Gott Ich muss nie weg Dieser Schaden, ne Hör auf mich zu sehen Wenn er sich umdreht, greife ich ihn an Ich bin auf mich Is необходимо Ich bin auf dich Und es wird schon Ich bin eh Ich bin eh Ich bin eh Ich bin eh Aber ich bin eh Ich bin eh Ich bin eh Es wird kregen Ich bin eh haha das habt ihr nicht kommen sehen war hier lang muss ich schade dass das schleichen ist so sinnlos da ist ein fass aber wozu soll ich etwa bis zum ende im fass rumlaufen werden nur ein soldat hier umschleicht ja Das war's für heute. Das ist Sparta! Ich glaube, Extrem ist dann doch eine Nummer zu heftig. Ich mach vielleicht, also... Zwar kann ich die besiegen, aber wenn ich Schaden bekomme, ist das heftig. Das heftig. Mehr TP wäre auch nicht schlecht. Das heftig. 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 Ja, gleich hinterher. Nein, nicht immer. Warum wird die Karte hier nicht aufgedeckt? Nein, nicht immer. Nein, nicht immer. Das ist egal. Hier wird geprügelt. Hier wird geprügelt. Hier wird geprügelt. Okay. Ja, ich bin drin. Aber wegen dem ganzen Wasser hier komme ich nicht runter in den Keller. Es muss auf jeder Etage ein Mechanismus geben, mit dem man das Wasser ablaufen lassen kann. Suche nach dem Schalter. Ja. Okay. 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 Sohn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020